Musik Dieses Video wird präsentiert von Gangsplanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. So pack ich jeden Morgen. So, schön unauffällig. Wie viel Uhr haben wir? Gucken wir mal drauf. 20 Uhr. Nachtschicht. Scheiße. Gut, rein ins FLB. Oh, wie sie hier alle stehen. Ja, sie verändern sich die Kontrakte. Ja, weil Leute wie ich verändern, sie verändern ihre Arbeit und das machen, um das zu weniger zu machen. Okay, geh auf. Begib dich zum Aufzug. So. Und rein. Der 59. Die 59. Etage. Genau, Michael. Oh, das ist aber auch schnell. Hol dir den Mob. Begib dich zu den Büros. Klang gut. So, abstellen. Oh Gott, jetzt muss ich das auch noch wirklich machen. Das geht aber ganz gut. Cool. Ah. 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 So. Da, 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 da. Platziere die Bombe im Spind. Ich kann mir vorstellen, dass das Tatsache funktioniert, wenn du es richtig machst. Toll. Ganz toll, Headset. Das zerstört hier wieder die ganze Atmosphäre. Eine Sekunde. Einstecken muss ich's. Ganze kabellos Scheiße, die ich hab. Bald kommt wieder was Neues dazu. Ich hab mir nämlich eine neue Maus bestellt. Gibt's aber alles Videos auf dem Technik-Kanal. D-d-d-d-d-d-D-D-D-D-D-Werbung. Technik-Kanal. Unten in der Videobeschreibung. Ich baue den heute noch fertig auf. Ähm. Unboxings, Reviews. Und gucken, was ich habe. Und euch zeigen Einstellungen. Zum Beispiel OBS. Womit ich momentan auch aufnehme, wie das funktioniert. Und wie ihr ohne Läggen Videos einrichten könnt. Ich sehe gerade, dass das hier oben ganz schön warm drauf wird. Deswegen mache ich den Staub mal gerade davon weg. Nicht, dass er anbrennt. Ähm. Ja, deswegen, äh, guckt da mal vorbei. Werbung Ende. Es ist schon verdammt cool gemacht. Wie machte man jetzt nochmal abstellen? So machte man es. So. Du Gegner. Und der Nächte. Dirty. Oh. Weißt du? Den Kabatten. Und sauber machen. Das ist wunderschöne Arbeit. Oh. Der Blick. Der Blick von ihm. Tja, die Leute sind gleich alle tot. Oh. Hier sitzt gar keiner. Oh. Okay. Er macht aber noch eine kurze Animation, wo nichts wirklich ist. Crap. Sag mal. Was ist denn das für ein Lappen hier? Muss man ja alle zwei Sekunden laufen. Ja. Ja. Gut, Mikey. Man kann auch nicht mal laufen. Ah, abstellen. Auswischen. Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp. Zapp, 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 zapp. So, wir machen hier eine Toilette. Hey, hey, warte, bis ich es schraube bevor du den Boden schraubst. Arschloch. Sitz auf dem Klo. Hast den Arsch am Brennen, ey. So, tschuldigung, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr schrucken. So. Es wird nicht die letzte gewesen sein, oder? Doch. Ah, ich geh hier oben. Halt die Fresse. So. Zwei Stück nur, das reicht. Und wieder geht es runter. Hups. Ist gerade was hingefallen. Verlasse das Gebäude. So dreckig hier. Also, nicht dreckig in dem Sinne, sondern ziemlich billig hier. Das ist nicht so hart. Wir sind alle in einem Moment. Machen sie gleich Schluss. Oh, 0 Uhr. So. Sehr gut. Hey, Charger ist set. Ich bin aus dem Gebäude. Hey, Charger, wir sind gerade rund um den Körner. Wir haben eure Geer hier mit uns. Hey, schau, jeder ist cool, oder? Weil, wenn wir ihn holen, ist es alles gut. All right? In und out, Homies. Let's do it. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier jetzt passiert. Ja. Ist er das? Nee, hä? Der müsste das doch sein, oder? Ich weiß nicht, wo er ist. Ups. Ja. Ah, jetzt kann ich schön Lärm machen. Michael fährt doch gar nicht. Franklin fährt doch. Komisch. So. Scheiße, ey. Warte mal. Geil. Das sieht so geil aus. Das ist echt. Komm. Man sollte doch nicht mit dem Aufzug fahren, oder? Come on. Come on. Let's go. All right. Lester says these elevators should still be fine. Was he on that industrial strip painkillers or that hallucinatory weed at the time? Yeah, probably a little bit of both. Okay. Oh, doll. Thanks for clearing that shit, huh? Oh Gott, meine Lampe. Oh Gott, meine Lampe. Oh Gott, meine Lampe. Take the stairs to the top floor. All right, we're going across to the farsten stairwell and up to the top floor. Beep, 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 beep. Das ist gut. Äh, Feuermelder funktionieren scheinbar. Ja, Security ist offen. Oh, ich hab nicht mehr viel Sauerstoff. Ups. Ah, komm. Da, wo es richtig brennt. Hol dir das Laufwerk. Wen spiele ich jetzt eigentlich? Franklin. Dachte ich's mir doch. Gerne. Nichts. Hä? Einfach nochmal. So. Laufwerk. Oh Gott. Ne, 8 Terabyte Festplatte von Seagate. Wow. Fuck. Voll erschrocken. Scheiße. Ja, jetzt heißt es Laufen, ne? Komm, schneller. Ah. 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 Franklin. Komm, und. Bleib von der Tür weg. Ja, mach. Scheiße. Ah, shit, man. He's dead. We can't take a corpse through this inferno. We gotta leave him. We go. Oh, fuck. Ach, du Scheiße. War ich hier grad eben drin, ne? Ah, fuck. Ah, fuck. Ah. Wie geil das aussieht, ey. Meine Fresse. Gibt's keine Heli-Camp? Ne, schade nicht. Oh, fuck. Ah. Genau. Genau hier rein. Ah, fuck. Are you all right? Ah, man. Kind of. That explosion must have knocked me out, man. Scheiße. Idiot. Wie macht man das Licht an? Bei den Dingern. Stop. Es tut mir leid. Äh. Wo sieht man denn das für das Gamepad? Kann man irgendwo das Licht anmachen? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich brauche das jetzt. Ah. Siehste mal. Kann man noch was sehen? Push, push, push. Wo ist er? Ich sehe den anderen nicht. Ach, der lebt noch. Ich weiß noch nicht, warum die einen Feuerwehrmann erschießen. Aber okay. Push, 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 push. Ah, die Fresse. Ich weiß noch nicht. busy. cio- Es tut mir leid.